Liebe Boys and Girls, meine Damen und Herren, die Lage ist zwar verzweifelt, aber nicht hoffnixlos. Ich muss euch sagen, um was es geht und ich finde es nicht daneben. Wenn man zacht und deutlich sagt, wir wollen ja noch lange leben. Es tut mir leid, aber es ist ja so. Eins kommt jetzt schon zu schleichen, das macht der Sex zum Risiko. Eins könnt ihr es all versuchen. Die Situation ist ziemlich heiss, es ist gefährlich wie am Morgen. Wenn man nichts von einem Pariser weiss, darum schwitzen alle die Ohren. Jede Frau, wie jeden Mann, wo landet in fremden Betten, sollte so etwas beisen können, es könnte jetzt das Leben erwarten. Hübsiert ein Sprung, im Minimum, ein Gummimdruck. Stopp jetzt! Stopp jetzt! Und gehst du fort nach Afrika oder irgendwo auf Erden, dann denk um Himmels Willen dran, wenn du noch alt wotst werden. Und fang gar nie mit Wichsen an, es ist Mengem schlecht ergangen. Lenk keine fremde Nadeln an, wenn du schon dranhängen. Und zieht wie jemand auf den Strich, bist einer von denen fehlen. Denk dran, wegen dem einzigen Stich kannst du dein Leben verspielen. Auf jeden Fall, und das ist Gefahr. Hey, es ist ein böse Killer, es ist traurig, aber es ist eben wahr. Pariser sind der Knölle, beim Seidensprung, im Minimum, ein Gummimdruck. Stopp jetzt! Stopp jetzt! Beim Seidensprung, im Minimum, ein Gummimdruck. Stopp jetzt! Stopp jetzt! Beim Seidensprung, im Minimum, ein Gummimdruck. Stopp jetzt! Stopp jetzt! Stopp jetzt! Stopp jetzt! Bist nicht naiv! Ganz, ganz, ganz! Bruch besser als tief! Stopp jetzt! Stopp jetzt! Stopp jetzt! Vielen Dank.